hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded da war ich jetzt in diesem termitenbau und habe nicht eine termite gescannt glaube ich das richtig glaubt schon geschweige denn die die königin oder für mehr der könig den habe ich nämlich auch nicht gescannt okay damit ins kennen sollte ja nicht so schwer sein die laufen ja hier um zumindest da hinten warum vergesse ich das immer wieder müsste ja hier weg hier rumlaufen oder wo ist er hin jetzt wo ist er hin der denn jetzt hin der wird schwer zu scannen sein ob die gehen ok das ist eine soldatenameisen termite laufen ja auch noch normale termiten arbeiter gut die haben wir dieser dingensbumskäfer den könnte ich erwischen wenn ich oben auf dem düngersack bin da gibt es ja hier noch ein paar andere sachen die ich höre ihn oder war das die biene ist das eine erwachsene spinne ich glaube nämlich die habe ich auch noch nicht gescannt hat mit spinne siehst du so kann es gehen ok was fehlt uns dann noch noch so ein bisschen was wo ist er wo ist er ach man läuft er mir zweimal über den weg und ich kann die nicht scannen naja vielleicht bin ich ja beim nächsten mal schnell durch der schon wieder so und der lave infizierte lave aber auch noch nicht na ja was gut hören tue ich die den tue ich nix was höre ich denn da immer und sehr seltsam wie pw wo soll denn hier dieser punkt sein gar nicht irgendwo leicht da möglicherweise egal wo ist sie denn da ist nix brutzeln da den habe ich auch noch nicht nix so ist hier unten noch irgendwas was ich nicht gescannt habe ich habe die lave und ich habe den nashornkäfer ja dieser diese andere käfer dann müssen wir auch noch mal einen sandkasten auf weg will jetzt nicht die nehmen aber auch kein ende und die wären richtig gefährlich ne so dann hüpfen wir jetzt mal hier runter um in sandkasten zu kommen hier ist auch schon wieder wo soll denn das sein ach das ding da du hast entdeckt mix r karte aufmachen mix r da einer da einer hier einer da einer und wann ich hier oben noch irgendwo einer doch da okay dann ja ab in sandkasten äh 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 nein ist er weg komm jetzt zeig dich dreimal das ist einmal dreimal über den weg gelaufen unfassbar was das denn toll und gleich mal mitnehmen die lassen hier einfach mal fallen fallen und ich höre den doch irgendwo okay unsere sieben minuten sind schon wieder vorbei ich mache dann gleich hier weiter beim nächsten mal ich bedanke mich fürs zuschauen gehabt euch gut und tschüss tschüss tschüss